hast es jetzt bald mal ja ich muss dich jetzt gerade wieder finden ich bin hoffentlich gleich da irgendwo hier warst du doch ich sprung von der anderen seite rüber gott was sind das für wuselviecher ok ok bist du bereit dann überlebe ich dich wieder oder respawn mal mit einem hp man respawn mit einem hp bleib doch nicht da drin stehen du idiot bei mir stehe ich in nix bei mir die ganze zeit ich habe keinen eidrank mehr was passiert hier belebe mich doch einfach wieder ja dann wirst du abgeschossen und stirbst nein sicher ja sicher sicher ja moment das erträgt man ja nicht was du hier magst ja moment was war das denn der hat sich gerochen kommst du jetzt von der anderen seite bist du jetzt ernsthaft von der anderen seite gekommen ja guten tag hallo hallo das ist doch einfach wie sporen und laufen können aber nö war ich zu faul zu so kann man noch 200 gold stücke wegwerfen wieso 200 250 verliert man nee so viel kostet das wiederbeleben die schriftrolle dafür war hier oben noch irgendwas cooles ich weiß es nicht ich habe noch nicht alles durchgeguckt anscheinend mehr rülpsung wieso sterben die denn nicht ja genau wieso sterben die denn nicht ja genau wieso sterben die denn nicht ok also haben wir jetzt da die abkürzung super toll wo kommt der denn noch her hol dir die 115 gold wir brauchen gold nee du brauchst gold du auch wenn du deinen bogen wieder für 1500 reparieren muss ja aber ich hoffe bis dann besseren zu finden da bin eben eine 10 gegangen weil ich keinen bock mehr auf dich hatte wir wissen da jetzt so schnell hingekommen das ist doch alles in der nähe der kann türen aufmachen und matrunner nein ah ah ja guck mal die sind wie du mit dem kopf durch die wand ja ich dachte mit dem kopf durch die tür ne mit dem kopf durch die wand so das ist jetzt die letzte ebene die wir noch machen das finale heben wir uns dann auf das finale ich dachte das ist das finale nein schwer genug hier alles ey es gibt 16 16 16 ebene ja erst mal zum heiler laufen du hast schon wieder ein ohr verloren kannst du mal aufhören damit du läufst aus ich hab dein ohr mal aufgehoben ne kann ja sein dass du das noch irgendwie brauchst oder so vielleicht kann man das noch einreichen ich weiß es nicht vielleicht kriegt man dann ja keine ahnung bei der steuer oder wie ja kann auch sein bei der krankenkasse auf einmal ist da nicht die gegner wieder das ist viel angenehmer ah das aber nicht ich hab das gefühl ich kann jetzt leben das entscheidet eigentlich darüber ob man die gegner mit dem treffer stand oder nicht geil du bist oder so helfer versuch doch schon was ich hab jetzt aber auch keinen wiederbeleben denken mehr toll was kannst du eigentlich ich hab dein ohr ich will dein ohr verkaufen ich will es anlegen Mann ey hätte ich doch dieses scheiße book of Pizzle Puff Puff das hast du gut erkannt ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr wo würde ich das put put this no magic resistance wo sind meine ganzen sachen ich weiß es nicht wo ist meine röstung ich hab sie nicht ach da ist ein bastard mit einer besonderen fähigkeit ja ja the flare bist du tot ja wieso weil der sehr hart zuhaut hast du noch ein portal aufgemacht nein weil ich keins hatte immer noch nicht toll jetzt muss ich die alte rüstung anlegen ich lauf immer noch rum wie der anfangs bob mit der scheiß rüstung mit kacke ich krieg mein magic shield nicht dafür machst du schaden man some magic immunities ja welche denn welche wahrscheinlich blitz wenn er blitzt er hat nicht gewonhitted wir kommen im club ich hab nur noch einen beschissenen mana dran mit dem ich irgendwas machen kann erst meine town portal scroll holen was ist das für eine affige ebene eine sehr blitzlastige das ist wirklich eine sehr blitzlastige hm dein portal ist nicht mehr da hilfe 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 ich mach ein neues portal ist offen ich fäng ihn ab ich mach selbst erstmal ein portal whoop ich fäng ihn ab dann haben wir wenigstens wieder zwei portale ich befürchte der hat fire resistance wo lauf dir denn hin wo lauf dir denn hin fuck ich bin zu meiner leiche gelaufen ahhh ahhh da kommt ein Madonna dazu die Madonna sind ja eigentlich nicht das Problem ok ich krieg den Bastard nicht dort da liegt noch ein Heiltrank übrigens in der Basis ne ein Mana Trank wo? links vom Brunnen bei Cain hier liegt nichts hier liegt nichts hier liegt nichts den siehst du nicht? nein du stehst drauf ich werfe ihn nochmal weg jetzt liegt da was ich sag's doch manchmal wird's nicht angezeigt wieso liegen hier Sachen rum? wieso verkaufst du den nicht? wow was kann ich für dich was soll ich verkaufen? wir brauchen Barne was soll ich denn verkaufen? wir brauchen Barne wo hast du da Geld hingeschmissen? wieso haben die keinen Frenzy feiern? wieso haben die keinen Frenzy feiern? wieso haben die keinen Frenzy feiern? manchmal sind die 50er Tränke so gut wie die 150er ja so ich muss jetzt Blitz gegen den nehmen hier liegt Gold, darf ich's nehmen? wenn du damit nicht sterben gehst? ja so wo bist du? in der Basis zurück Hilfe ich kann dir nicht ich kann dir nicht helfen weil alle meine Items an einem nicht christlichen Ort liegen in deinem Arschloch? nee der macht Türen auf der Wichser ja immer noch der große Boy ist auf jeden Fall bei mir der Flayer ich weiß was wo ist mein Amulett? boah ja Okay, ich brauche noch den Bogen. Ne, den Bogen habe ich. Ich brauche die andere Arme und die beiden Ringe. Die anderen Arme. Du brauchst die anderen Arme. Ja. Ich muss den jetzt mit Blitz angreifen. Ich muss es versuchen. Feuer macht offenbar keinen Schaden. Keinen Schaden. Wann hast du Immunität wohl herausgefunden? Er weicht aus. Ja, ich weiß. Das macht keinen Schaden. Er weicht aus. Er weicht aus. Kannst du nicht mehr irgendwas Sinnvolles machen. Du machst normalen Schaden. Töte ihn. Ich habe gerade meine Ausrüstung geholt, damit ich überhaupt vielleicht mal was machen kann. Hier liegt immer noch der Stärketrank rum. Brauchst du den? Brauchst du noch den Stärketrank? Nö. Für deinen Rund. Wobei doch, eingeschwommen. Dann werfe ich ihn hier nochmal hin. Links vom Brunnen. Ja. Ich weiß halt nicht, wie wir den sonst besiegen sollen. Wir können nur... ...aufballern. Ja. So wie bei jedem anderen Gegner auch. Aber der muss Feuerresistenz haben. Oder Immunität vielleicht sogar. Weil der keinen Schaden kriegt. Also, bist du ready oder? Ja. Okay. Dann gehe ich auch einfach mal rein. Jesa. Hilfe. Ja, ich will den anderen Rest im Ort. Au. Was war das? Was hat er verloren? Rüstung. Was für eine Rüstung? Harte Lederrüstung. Muss man noch identifizieren. Okay. Hätte ein Amor-Wert von 14. Uff, okay. Das ist relativ viel. Ich gehe mal kurz identifizieren. Meine Güte. War das schon wieder eine schwere Geburt, ey. Hey, Cain. Eiltes Haus. Ich habe hier mal was für dich. Ah. Das gibt's nicht. Sharp Attack und Tod. Ah. Ah. Ich glaube, ich behalte die Rüstung. So. Plus 106% Amor. Und plus 50 Hit Points. Hilfe. Also. Das heißt, plus 106%. Dann wäre sie ja bei 28 Amor. Nein, das ist schon. Ne, das ist nicht. Das ist ja bei der Waffe auch nicht. Na, dann guck dir mal deinen Amor-Wert an. Ja, geht hoch. Ja, aber nicht auf 28. Sondern auf 14. Im Moment. Ne. Also ich habe jetzt die 20er Rüstung drin. Und ich bin... Ne, ich habe mal keine Rüstung drin. 24. Ich nehme die 20er Rüstung drin. 44. Jetzt nehme ich die 14 plus 100% rein. 52. Okay. Dann lage ich falsch. Ja. Interessant. Josch. Das ist... Warum Josch? Warum nicht? Warum. Warum nicht? Warum Josch? Ich habe genau 1000 Gold. Damit kann ich nicht mal was reparieren. Du hast so ziemlich die stärkste Rüstung im Spiel gefunden. Also hole nicht rum. Der war echt ernsthaft mit meinem Feuerball aus. Die ganze Zeit. Beneidisch. Das ist eine coole Rüstung. Ich habe nichts. Wenn du nicht getroffen wirst, brauchst du auch kein Leben. Ich werde ja getroffen. Oder was meinst du, wie ich die letzten Male gestorben bin? Ja, aber... Phantomschmerzen oder wie? Als ob ich nicht 10 mal so oft sterbe. Alter, du bist ein Charter-Tag. Bist du eigentlich nach oben oder nach unten weiter? Wie? Nach oben oder nach unten? Ich bin auf der Ebene auf der wir waren. Ja, und von dort aus bist du irgendwann weitergerannt. Ja. Ja. Da. Ei. Ich bin so sick von diesem Sch***. Ich bin so fucking Sch***. Sch***. Sch*** von diesem Sch***. Sch***. Ich bin so sick. Ich glaube, hier bist du gerade geplatzt. Flyleaf. Ja. So. Also die Ecke, wo deine Leiche ist, ist sauber. Hast du dich gefreutelt? Da müsstest du hinkommen können. Ich glaube, hier bist du gerade geplatzt. Ich weiß, ich hätte dich retten können, aber ich habe mich heute nicht für dich interessiert. Stellt dich wieder an, als ob ich dir immer hinterher renne, so schnell. Junge! Was ist denn das für ein schneller Typ? Ein Mudrunner. Die rennen ja wirklich. Die rennen ja wirklich. Die rennen ja wirklich. Oh, da ist eine Rüstung für mich. Chainmail. Wo ist deine Rüstung? Hä? Wo ist deine bessere Rüstung? Die habe ich gerade an. Sieht man aber nicht. Ja, weil das noch eine Lederarmor ist. Die ist nur von den Werten besser. Aber von der Basisstufe nicht. Au. Ich flieh'n. Ich flieh'n. Ich treff' nicht. Das Problem ist halt, dass ich ganz nah an die ran muss. Kommt so klar. Ja. Gerade so. Die Blitze tun doch nicht so doll weh, wie sie manchmal aussehen. Also manchmal ja, manchmal nicht. Kein Mana mehr. Ach, das ist noch genug für'n Tornportal. War hier nicht für noch'n Trank oder hattest du den schon mitgenommen? Wollte ich nicht. Den hast du schon mitgenommen. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Bring, bring, bring. Bring, bring. Ich hasse Aria dafür, ne, Adria dafür, dass sie Mana nicht wiederherstellt. Sie hat ja doch einen Kessel. Die muss doch irgendwas aufgesetzt haben. Das kann doch keine Graupensuppe sein. Das ist ne Hexe. Als ob ne Graupensuppe nicht auch magisch schwer. Ja, aber nicht zum Mana auffüllen. Das funktioniert mit anderen Sachen. So fünf Stunden am Stück Diablo-Zocken macht schon ein bisschen mürbe. Nein, mein Finger tut auch überhaupt nicht weh. Nein. Nein. Der war bei mir noch rechts. Auf einmal steht er links neben dir. Hallo. Danke, Spiel. Die Wege sind so eng. Da kann man nicht mal richtig vernünftig zu zweit langlaufen. Die wissen, dass sie überhaupt mit Vierspieler spielen. Level up. No. Rescue me. No. Hinter mir. Hinter mir auch. Au. Hat er dich getroffen? Der Feuerball, ja. Hast du den gespürt, Schatz? So, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Ey, ey, stehenbleiben. Danke. Oh Gott. Wo bist du? Da kommt ein Mudrunner. Scroll of healing. Hinter dir. Der ist bei mir voll vorbeigecharged. Der Feuerball geht einfach durch. Oh, no. Ähm, wie weit wollten wir hier jetzt noch gucken? Hm? Wie weit wollten wir hier durchgucken? Die Ebene fertig. Und dann reicht das erstmal, wir haben fünf Stunden. Das ist genug Material. Wo ist denn hier jetzt der Ausgang? Oben. Haben wir den schon? Aber ich glaube links, hier, waren wir noch nicht überall. Ich habe gerade gar keinen Heiltrank mehr. Oh, fuck. Oh, fuck. Brennst du hin? Au. Sag mal bitte einen Heiltrank. Habe ich nicht. Ich meinte die Gegner. Fullhelm? Hui. Da brauche ich 35 Stärke für. Hast du noch nicht? Au. Sorry. Äh, ich habe noch neun Leben. Das reicht doch. Wir haben die Ebene eh fertig. Okay. Ich weiß halt nicht, ob der, wenn wir das Spiel neu starten, ob er die Ebene dann so lässt. Ich glaube nicht. Oder ob wir die quasi dann nochmal spielen müssen. Ich würde raten, dass er alles resettet, dann schätze ich einfach mal. Aber ich kenne Diablo 1 halt auch nicht. So, jetzt sind wir bei Level 11. Und dann müssten wir halt auch alle Items nochmal aufsammeln, die irgendwo rumliegen, ne? Dann sollten wir die nochmal aufheben, bevor wir Schluss machen. Oder verkaufen oder sonst was machen. Ja. Mal erstmal alle finden. Ringmail hast du hier sogar. Das war ja die 20er-Armor, die ich vorher machte. Mein Freund, bleib ein bisschen und hör auf. Faster Hit-Recovery. Helm of Strength. Strength. Bringt er dir Stärke? Elixir of Strength. Elixir of Zenf. Haben wir über das, ähm, Geld genommen, was überall rumlag? Ich suche gerade, wo noch überall was rumliegen könnte. So viel Schriftrollen in meinem Inventar, die muss ich alle mal einsetzen. Hier im Mana Shield habe ich zweimal die Beweichung, aber für Diablo auf. Ich kann nicht mehr tragen. Was ist mit dem Steel Bow hier? Willst du den? Nö. Kann ich den verkaufen? Ja. Wow. Was kann ich für dich tun? Hau. Wow. Was denn? Ich habe eine Robe gefunden. Ja. Was ist mit dir, mein Freund? Die ist richtig scheiße. Kannst du die mal kurz anlegen, ob die bei dir schon anders aussieht? Nee, ne? Nee, will sie nicht. Absorbst Half of Strength. Ja. Der Bonus ist halt einfach nicht so, nicht so brav. Aber bring 400. Ich hätte aber einen Bogen, der plus 90. 1 in Stärke geben würde. Uff. Der bringt aber auch nicht so viel Geld irgendwie. Okay. Dann war das die erste Aufnahme-Session. Und beim nächsten Mal machen wir den Sack zu und töten Diablo. Sofern er uns lässt. Ach, das lässt er bestimmt. Wenn ich einen Mana Shield drauf habe, dann dürfte das klappen. Wenn du es dann irgendwann mal hast. Wie viel Geld hast du denn jetzt? Naja, ich habe auf jeden Fall zwei Mana Shield Scrolls. Weil ich habe jetzt 5000 noch was. Ja, und außerdem muss das Spiel dann auch wieder das in die Rotation reinpacken, ne? Naja, aber ich habe ja zur Nutz zweimal Stroll of Mana Shield. Das heißt, zweimal kann ich gegen den kämpfen mit Mana Shield drauf. Ja. Ich darf dann halt zwischenzeitlich nur nicht sterben. Oder die Ebene wechseln. Oder die Ebene wechseln. Naja. Das ist zum nächsten Mal. Das ist zum nächsten Mal.